Zu den trigonometrischen Gleichungen werden wir zuerst drei Grundgleichungen lösen. Sinn gleich Sinn, Cos gleich Cos, Tangens gleich Tangens. Zuerst, die Frage lautet hier, welche sind alle möglichen Werte für x, die genau denselben Sinus haben wie ein angegebener Winkel Alpha. Hier ist Alpha eingezeichnet. Der Sinus von Alpha, das ist ja die Ordinate von diesem Punkt. Also Sinn Alpha ist diese rote Zahl. Wir suchen alle Winkel, die diese rote Zahl als Sinuswert haben. Selbstverständlich ist Alpha selbst eine Lösung dieser Gleichung, denn der Sinus von Alpha ist gleich zum Sinus von Alpha. Aber auch Alpha plus 2 Pi und nochmal plus 2 Pi oder auch minus 2 Pi, minus 2 Pi und so weiter. Also können wir sagen, Alpha plus k mal 2 Pi, wo k eine ganze Zahl ist, das sind lauter Lösungen dieser Gleichung. Aber auch der Winkel Pi, minus Alpha hat dieses rote Stück als Sinuswert. Das ist schön in dieser Animation zu erkennen. Pi minus Alpha hat immer genau denselben Sinuswert wie Alpha. Aber dann auch Pi minus Alpha plus 2 Pi plus 2 Pi oder auch minus 2 Pi. Als Lösungen von dieser Gleichung können wir also festhalten, x gleich Alpha plus k mal 2 Pi, aber auch Pi minus Alpha plus k mal 2 Pi. Es ist natürlich wichtig, hier zu sagen, dass k eine ganze Zahl sein muss. Denn nehmen wir mal an, k wäre ein halbes. Wir würden als Lösung dann wählen für diese Zeile Alpha plus ein halbes mal 2 Pi. Das heißt Alpha plus Pi. Aber dieser Winkel hat als Sinuswert diese negative Zahl und nicht diese rote positive. Deshalb ist es ganz wichtig, hier zu betonen, dass k eine ganze Zahl sein muss. Wir haben hier alle Lösungen dieser Gleichung gefunden. Dann schauen wir cos gleich cos. Der Cosinus von diesem angegebenen Winkel Alpha, das ist die Absisse von diesem Punkt. Hier grün eingezeichnet. Wir suchen alle Winkel x, die diese grüne Zahl als Cosinuswert haben. Selbstverständlich ist Alpha selbst eine Lösung dieser Gleichung, aber auch alle Winkel Alpha plus k mal 2 Pi. Der Winkel minus Alpha hat auch dieses grüne Stück als Cosinuswert. Also auch alle Winkel minus Alpha plus k mal 2 Pi. Wir halten hier also sofort fest, als alle möglichen Lösungen dieser Grundgleichung plus minus Alpha plus k mal 2 Pi, wo k eine ganze Zahl ist. Dritte Grundgleichung ist Tangens gleich Tangens. Zeichnen wir den Tangens von diesem Winkel Alpha ein, da ist er auch schon. Und selbstverständlich haben alle Winkel Alpha plus k mal 2 Pi mit k ganzer Zahl denselben Tangenswert. Aber auch der Winkel Pi plus Alpha hat diesen Tangenswert wieder in der Animation schön zu erkennen. Also sagen wir hier, alle Lösungen dieser Gleichung, das sind Alpha plus k mal 2 Pi und Pi plus Alpha plus k mal 2 Pi. All diese Winkel kann man aber schneller zusammenfassen, indem man sagt, es sind alle Winkel Alpha plus Pi plus Pi plus Pi. Das heißt, wir können diese Lösungen kurz zusammenfassen in x gleich Alpha plus eine ganze Anzahl halber Umdrehungen. Alle trigonometrischen Gleichungen, egal wie kompliziert sie sind, sind auf solche Grundgleichungen zurückzuführen, wie wir auch in den zwei nächsten Beispielen sehen werden. Hier lösen wir trigonometrische Gleichungen dieser Art. Ein erstes Verfahren, um solch eine Gleichung zu lösen, besteht darin, diese Gleichung zuerst einmal durch a zu teilen. Und wir können sicher sein, dass a nicht 0 ist, denn wäre a 0, dann stünde der erste Cosinusterm nicht da, dann wäre das sofort eine Grundgleichung, Sinus x gleich c geteilt durch b. Also dürfen wir hier ohne Einschränkung durch a teilen und die Zahl, die dann vor Sinus erscheinen wird, b geteilt durch a, die werden wir als Tangens von einem Winkel schreiben. Alles andere ergibt sich dann von alleine. Schauen wir in einem konkreten Beispiel. Dieses da. Wir werden jetzt diese trigonometrische Gleichung durch dieses Verfahren lösen. Zuerst einmal soll man teilen durch die Vorzahl von Cos x, damit da vorne 1 steht. Da steht aber schon 1, also brauchen wir die Division nicht vorzunehmen, sondern wir werden jetzt diese Vorzahl von Sin x in Tangensform umschreiben. Hier ist es einfach, weil die Quadraturzel von 3 ein besonderer Wert ist. Das ist ja der Tangens von Pi dritte. Also können wir diese Zahl sofort in Tangensform umschreiben. Nehmen wir einmal an, da stünde 3. 3 ist kein besonderer Tangenswert. Um diese 3 dann trotzdem in Tangensform zu schreiben, bräuchten wir den Taschenrechner. Das funktioniert wie folgt. Zuerst einmal müssen wir darauf achten, dass der Taschenrechner auf Radian eingestellt ist, was hier der Fall ist. Wenn es nicht der Fall wäre, müsste man Shift Setup drücken und in der zweiten Kategorie die Winkeleinheit einstellen gehen. Da müsste man jetzt noch die 2 wählen und dann auf Enter tippen. Das war hier aber schon der Fall. Also steht es immer noch auf R, R wie Radiant. Um die Zahl 3 als Tangenswert zu schreiben, geben wir ein Shift Tan hoch minus 1 und tippen da die 3 ein. Die Klammer muss nicht unbedingt geschlossen werden, um dann durch die Enter-Taste den Winkel herauszufinden, dessen Tangenswert 3 ist. So macht man das per Taschenrechner. Hier brauchten wir das nicht, weil Wurzel 3 ein besonderer Tangenswert ist. Den Tangens von Pi Drittel schreiben wir jetzt um in Sinus Pi Drittel geteilt durch Cosinus Pi Drittel. Diese Gleichung wird jetzt mit Cosinus von Pi Drittel multipliziert. So. Und im linken Teil dieser Gleichung erkennen wir Cosinus plus Sin Sin. Und durch die Additionsformel Cosinus Alpha minus Beta erkennen wir sofort, dass dieser Teil umgeschrieben werden kann in Cosinus von X minus Pi Drittel. Und hier haben wir eine Grundgleichung Cos gleich Cos. Wir schließen daraus sofort, dass der erste Winkel, X minus Pi Drittel, gleich sein muss zu plus minus dem zweiten Winkel plus K mal 2 Pi, wo K eine ganze Zahl ist. Das halten wir hier sofort so fest und können jetzt noch Minus Pi Drittel rechts rüber setzen, um so X zu bestimmen. Rechnen wir mit Plus und setzen hier Minus Pi Drittel rechts rüber. Dann steht rechts Pi Drittel plus Pi Drittel, das heißt 2 Pi Drittel plus K mal 2 Pi. Rechnen wir mit Minus und setzen Minus Pi Drittel rechts rüber. Dann steht rechts Pi Drittel minus Pi Drittel, das heißt 0 plus K mal 2 Pi. Und so erhalten wir diese zwei Möglichkeiten, die wir sofort in der Lösungsmenge festhalten. Wir haben diese trigonometrische Gleichung gelöst. Das zweite mögliche Verfahren besteht aus der Klein-T-Methode. Man stellt Tangens von X halbe gleich Klein-T, so dass man in der Gleichung Sinus X durch diesen Bruch ersetzen darf und Cosinus X durch diesen Bruch ersetzen darf. Nur müssen wir uns im Vorfeld vergewissern, dass diese Zahl X halbe nicht Pi halbe plus K Pi ist. Denn für Pi halbe plus K Pi gibt es diesen Tangenswert nicht. Das heißt, für diese möglichen X halbe Werte gibt es Klein-T nicht. Und diese Lösungen würde man dann nicht durch dieses Verfahren finden können. X halbe darf also nicht Pi halbe plus K Pi sein. Was dasselbe bedeutet wie X darf nicht Pi plus K mal 2 Pi sein. Schauen wir im konkreten Beispiel. Wir lösen jetzt durch das Klein-T-Verfahren genau dieselbe Gleichung wie eben, damit wir diese zwei Verfahren schön vergleichen können. Hier überprüfen wir zuerst, ob Pi plus K mal 2 Pi nicht eventuell Lösungen dieser Gleichung sind. Ersetzen wir X durch Pi. Cosinus von Pi, das macht minus 1. Sinus von Pi, das macht 0. Also steht hier links minus 1 plus Wurzel 3 mal 0. Das macht minus 1 und nicht 1. Also sind diese X-Werte nicht Lösungen dieser Gleichung. Das halten wir hier sofort fest. Wenn diese X-Werte die Gleichung doch erfüllt hätten, dann müssten wir die am Ende in der Lösungsmenge berücksichtigen, denn diese Lösungen würden wir durch das Klein-T-Verfahren nicht finden. Starten wir jetzt mit dem Klein-T-Verfahren, indem wir in dieser Gleichung Cosinus X ersetzen dürfen durch diesen Bruch und Sinus X durch diesen Bruch. Das führt dann zu dieser Gleichung, die wir sofort überall mit 1 plus T Quadrat multiplizieren. Jetzt setzen wir noch alles auf die linke Seite und so führt das zu einer Gleichung zweiten Grades. Wir werden die aber nicht mit der diskriminanten Delta lösen, denn wir können hier 2T ausklammern. Das führt dann einfacher zum Null-Produkt. Dieses Null-Produkt hat als zwei Lösungen 2T ist 0, also T ist 0 und T-Wurzel 3 ist 0, also T gleich Wurzel 3. Aber nicht vergessen, nicht Klein-T wird gefragt, sondern X wird gefragt. Also, sobald wir die Klein-T-Lösungen gefunden haben, nicht vergessen, zurückzukehren zu X. Back to X, don't forget it. Wenn T gleich 0 ist, dann bedeutet das ja, dass Tangens von X halben 0 ist. Das ist eine Grundgleichung, Tangens von X halbe gleich Tangens von 0. Diese Grundgleichung führt sofort zu diesen Lösungen. Die zweite Möglichkeit für T ist T gleich Wurzel 3. Wir kehren zurück zu X, indem wir T durch Tangens X halbe ersetzen. Das ergibt dann Tangens von X halbe gleich Wurzel 3. Wurzel 3, das ist der Tangens von Pi Drittel. Also haben wir hier die Grundgleichung, Tangens von X halbe gleich Tangens von Pi Drittel. Das führt sofort zu diesen Möglichkeiten für X halbe. Und jetzt multiplizieren wir noch alles mit 2 und haben so diese möglichen X-Werte gefunden. All diese möglichen Werte werden in die Lösungsmenge zusammengefasst und wir sehen hier, selbstverständlich finden wir durch das Klein-T-Verfahren genau dieselbe Lösungsmenge wie durch das erste Verfahren. Welches Verfahren man anwendet, das ist eine Geschwackssache. Es ist trotzdem gut, beide Verfahren zu kennen, denn wenn man mit einem Verfahren nicht weiterkommt, kann man dann immer noch das andere einsetzen. Um trigonometrische Gleichungen zu lösen, kann man selbstverständlich sämtliche trigonometrische Formeln einsetzen, wie zum Beispiel hier. Links erkennen wir Sinn plus Sinn. Das können wir umschreiben anhand einer Formel von Simpson. Rechts sehen wir 1 plus cos2x. Das könnte man durch die Verdopplungsformel von Cosinus umwandeln oder sofort durch eine Formel von Carnot, denn das hier ist genau ein Zähler in dieser Formel von Carnot. Also können wir 1 plus cos2α sofort ersetzen durch 2 cos2α. So spielt man ein bisschen mit den trigonometrischen Formeln, um trigonometrische Gleichungen zu lösen. Die 2 kürze ich sofort mit dieser 2 weg und so steht hier Sinus von 2x mal Cosinus von x gleich Cos²α von x. So. Und hier erkennen wir die Verdopplungsformel für Sinus. Sinus von 2x ist dasselbe wie 2sinx cosx. Das können wir da einsetzen und somit erhalten wir diese trigonometrische Gleichung. Im linken Teil sehen wir Cos²α von x, rechts aber auch. Also setzen wir den rechten Cos²α von x links rüber und können dann links Cos²α von x ausklangern. So erhalten wir ein 0-Produkt. Wir können daraus schließen, dass der erste Faktor 0 sein muss, also muss Cosinus von x 0 sein oder der zweite Faktor ist 0, 2sinx minus 1 gleich 0. Das führt also zu diesen zwei Fällen. Im ersten Fall steht der Cosinus von x gleich Cosinus von Pi halbe. Das ist eine Grundgleichung, die dann also sofort gelöst wird. Nicht vergessen zu beschreiben, dass k eine ganze Zahl darstellt. Diese Gleichung hier wandeln wir um in Sinus von x gleich ein halbes. Dann führt das auch sofort zu dieser Grundgleichung, deren Lösungen wir kennen. Hier wird dann noch Pi minus Pi Sechstel berechnet. Das sind 6 Pi Sechstel minus 1 Pi Sechstel. Das sind 5 Pi Sechstel. Und diese Lösungen sollen jetzt alle in die Lösungsmenge hineingepackt werden. Wenn man die Lösungen auf dem trigonometrischen Kreis darstellt, dann kann man eventuell erkennen, dass man die Lösungen kürzer fassen kann. Machen wir das hier mal. Zuerst mal diese Lösungen plus minus Pi halbe plus 2k Pi. Die zeichnen wir hier ein. Pi halbe plus 2k Pi und minus Pi halbe plus 2k Pi. Das sind all diese Lösungen. Jetzt diese da. Pi Sechstel plus eine ganze Anzahl voller Umdrehungen. Das sind all diese Lösungen da. Jetzt hier 5 Pi Sechstel plus 2k Pi. Das kann man wieder schön zählen. Start ist hier. 1 Pi Sechstel, 2 Pi Sechstel, 3 Pi Sechstel, 4 Pi Sechstel, 5 Pi Sechstel. Das ist genau da. Also diese Lösungen. Und jetzt, wo die im trigonometrischen Kreis eingezeichnet sind, kann man auch erkennen, wir nehmen den Winkel Pi Sechstel plus 2 Pi Dritten plus 2 Pi Dritten plus 2 Pi Dritten. Also all diese Lösungen da können wir zusammenfassen in Pi Sechstel plus k mal 2 Pi Dritten. Und dann brauchen wir nur noch die Winkel Pi Halbe plus 2K Pi zu beschreiben. Und somit können wir die Lösungen kürzer fassen als diese drei Möglichkeiten. So löst man also trigonometrische Gleichungen.